Warte, da hängt nur so ein beschissener Klotz. Ich glaube, ich baue gleich mal ein Feuerzeug. Ah, ich hoffe, wir haben ein bisschen Flint, dann brennen wir die ganze Kacke hier mal ab. Oder wir schnappen uns einfach das Holz, das geht natürlich auch. So. Sonst noch irgendwo? Requiem of a Dream. Lieben, ich wollte die Musik ja nicht mehr erwähnen, falls mir ein Fauxpas passiert. Mal wieder, wäre ja nicht das erste Mal. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass die Musik irgendwie nicht aufgenommen wird von Fraps. Warum auch immer Fraps? Spinnt ja bei mir manchmal ein bisschen. Deswegen möchte ich eigentlich gar nicht mehr so auf die Musik eingehen. Dann lasse ich das jetzt auch erstmal. Boah, Katzen können so übelst Agro sein, aber egal. Also Katzen hier im Spiel. Obwohl in Wirklichkeit auch, ne? Gibt ja schon solche Psycho-Katzen. Wie hieß das? Da gab es doch mal so ein Video auf YouTube. Mann, wie hieß denn das? Das habt ihr doch bestimmt gesehen. Dieser eine. Ähm, Cat. Cat from Hell. Gib das mal ein bei YouTube. Wenn ihr es noch nicht kennt. Oh, Psycho, Alter. Danach ist man auch fertig von der Welt, wenn man so eine Katze erlebt, glaube ich. Ja, das ist wahr. Ist das hier stirbt ein Zombie? Gib mir deine Experience und dein Gammelfleisch oder auch nicht. So, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. Super, ich hätte natürlich auch vorher einen Schluck trinken können, aber das sehe ich gar nicht ein. So. Boah, eben habe ich noch, ähm, habe ich was gegessen, ne? Ich bin gerade allein zu Hause. Niklas allein zu Hause. Dann ist hier immer Party. Nein, heute nicht. Heute ist nichts. Naja. Keiner ist selber und zu Hause. Ich bin völlig alleine. Heute, welcher Tag ist heute? Dienstag ist heute. Dienstag Abend. Mittlerweile, ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Ich muss was fressen. Naja. Ich habe eine Aufnahme gestartet. Mir was zu essen gemacht vor ein paar Minuten. Deswegen auch Hunger. Pizza Baguettes. Na, was für ein. Das haben wir zufällig irgendwo noch was gebraten. Das ist drin. Sieht eher schlecht aus. Na ja, klar. So, ja, hier finde ich bestimmt nichts drin. Tauschen wir das mal aus. So. Ah. Ah. Schöne Schweinehachse. So, jetzt packen wir erst mal ein bisschen Wolle rein. Eisenblumen. Das. Und das. Und das. Und. Craft Guide. Craft Guide. Craft Guide. Oh. Packen wir mal hier rein. Ups. Fische kommen natürlich hier rein. Äh. Was brauchen wir noch? Nicht einmal brauchen wir auf gar keinen Fall Eier. Machen wir sowieso schon welche in der Tasche? Ah. Besonders große Eier, ne? Ah. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Also ich jetzt. Halt die Fresse. Gleich zu mir selbst. Ich bin eine gespaltene Persönlichkeit. Nein, das wäre glaube ich ein bisschen Psycho. Nur manchmal. Nur früher in der Schule zwischen 8 Uhr und halb eins. Naja. Ja, ich werde bald ein paar neue Bäume pflanzen. Aber warum ich jetzt im Moment noch keine Bäume pflanze, erfahrt ihr dann später. Ich möchte hier einfach mal so ein kleines Geheimnis raus machen. Ah ja, genau. Wie gesagt, ich war eben. Ups. Verpiss dich. Ich war eben alleine zu Hause, wie ich auch jetzt immer noch alleine zu Hause bin. Und hab mir erstmal Pizza-Baguettes gemacht. Soweit, so gut. Und wie die Ironie des Schicksals so will, gucke ich D-Max. Okay, das ist keine Ironie des Schicksals. Ich gucke eigentlich, was ist. Boah. Ja, täglich. Jetzt in den Ferien schon, wenn ich Zeit habe. Oft D-Max. Jetzt täglich nicht ganz. Aber schon oft. Auf jeden Fall öfter als RTL. Aber das ist ja eh logisch. RTL gucke ich nur bei Formel 1. Obwohl es ja auch mittlerweile eine Dauerwerbesinnung ist. Habe ich zwar, glaube ich, schon mal erwähnt, aber egal. Naja. Und dann läuft so auf D-Max der Alles-Esser. Und mein Gott. Ich war am Essen und ich habe mir gedacht. Wow. Welch ein Zufall. Welch ein Zufall. Ja. Heftig. Und jetzt muss ich mir gleich eigentlich mal die Nase putzen. Aber ich unterdrücke es. Ich... Unterdrückt. Na, es geht noch. Naja. Jetzt läuft ja alles, Esser. Habe ich schon mal geguckt. Gucke ich jetzt nicht so häufig. Aber es ist allemal besser als irgendwelche Kochsendungen von ARD und ZDF. Hier... Wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Ich gucke es ja eh. Nee, von daher. Scheiße. Naja. Gib mir wenigstens deine Samen. Naja. Auf jeden Fall läuft der Alles-Esser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ob ihr sowieso überhaupt D-Max guckt. Vielleicht seid ihr ja keine echten Männer. Nicht so hart wie ich. Mein Scherz. So hart wie ich. Hier ist sowieso niemand. Ja. Auf jeden Fall. Ich komme mal wieder zum Thema zurück. Ich gucke der Alles-Esser. In Brasilien. Sao Paulo. Und dann zeigen die ja auch mal so... Nicht direkt, was man... Was so typisch ist. Für die Länder kennt man ja eh. Also was typisch für Brasilien ist zu essen. Das wisst ihr natürlich. Das brauche ich ja gar nicht zu erwähnen. Deswegen. So, ist hier noch irgendwo... Ist hier noch... Ist hier noch was? Zu hohe. So von wegen Holz und so Mist. Oh, sieht der schlecht aus. Seine schöne nächste Baum. Den fällen wir gleich mal. Naja. Dann... Äh... zeigen die... Zeigen die... Gut. Danach. Also die haben da ja auch wirklich so an Karneval. Da haben die ja richtige Tanzveranstaltungen. Weil die in Sao Paulo haben so 80 Tanzschulen. Das ist schon ordentlich, ne? Tanzen ist sowieso, ne? Wenn ich... Wenn ich tanzen muss, dann ist es auch echt... Land unter. So, weil tanzen... Ich kann mich so ein bisschen im Rhythmus der Musik bewegen, ne? Mehr, aber auch nicht unbedingt. Das tanzen... Das... Nee. Nicht für mich. So, was mach ich hier überhaupt? Auf jeden Fall... Haben die dann da auch so Wettbewerbe. Und dann... Finanzieren die ihre Tanz... Ihre Wettbewerbe und alles. Weil die Schweine teuer sind. Auch durch... Äh... Essen... Essen... Durch Essen. Also durch so Spenden, Essen und so ein Zeug. Und dann natürlich auch getanzt wird und so. Ja, und dann haben sie da... Und... Die sind ja schon etwas ärmlicher, muss man ja sagen. Und dann sind das halt eben so spezielle Gerichte, die man dann natürlich nicht in den... Gourmet-Restaurants findet, die aber trotzdem sehr lecker aussahen, ne? Auf jeden Fall leckerer als mal ein Pizza-Baguettes an dem Abend. Ich weiß nicht, ich fresse ziemlich viel Pizza-Baguettes. Nun wieder auch mal eine Tiefkühlpizza, na klar, aber... Irgendwann hängt es einem aber auch zum Hals raus. Muss man ja mal so sagen. Naja. Auf jeden Fall, ich gucke mal eben auf die Uhr. Oh, oh... Okay, geht's. So. Und, äh... Ja, dann ist er hier... Wie heißt der Typ nochmal? Ich hab seinen Namen vergessen. Ist er grad und dann... Sitzen da so ein paar... Leicht bekleidete Tänzerinnen um ihn herum. Und er ist sichtlich begeistert davon. Kann seine Blicke gar nicht von ihr lassen. Von ihnen. Boah, was zur Hölle? Ach, du Scheiße, das wär der sichere Tod gewesen. Fuck! Boah, leck mich in eine Eier. Leck mich im Arsch, wollt ich sagen. Leck mich in eine Eier. Ähm... Ui, dort sind aber ordentlich viele Sitzlinge hier, ne? Die Sonne geht unter. Wir müssen schlafen. Ist es wirklich schon so spät? So, nichts wie ab ins Bettchen, liebe Kinder. Ja. Ja, und dann ist er grad so ein Schweineschwanz. Und die Weiber finden das... Äh, die leicht bekleideten Mädchen finden das natürlich sehr amüsant. Aber ihnen interessiert das nicht. Ist mir egal, was erzähl ich denn eigentlich? Äh, ich könnte mir nur eine neue... Ähm... Äh, Axt machen. So. Ja, damit... Ah, jetzt hab ich natürlich kein Eisen dabei. Ach. Fuck! Dadadadadadadam... Dadadadadam... Wir müssen auch mal wieder in eine Höhle, hab ich mir gedacht. Also... Die letzte Höhlen-Tour war ja schon ganz nice. Aber wirklich lange gedauert hat sie ja nicht unbedingt. Muss ich ja mal zugeben. Hä? Wo ist denn das... Wo hab ich denn eben das Holz ingetan? Hab ich das... Hä? Oder hab ich das gar nicht... Ausgepackt? Na, sowas? Dass es sowas heutzutage noch gibt. Frech. Das Holz einfach nicht auspacken. Keck. Wie man heutzutage sagt. Keck. Nicht so verwechseln mit Keckeln. Das ist auch ein anderes Thema, meine Kinder. So. Und dann geht's wieder ab in den Wald. Bäume vernichten, Bäume töten. Das ist doch das, was erstrebenswert ist, was die Jugend von heute sehen will. Bäume füllen. Der Holzfäller Simulator 2012 hat eine unglaubliche Spieltiefe. Kauft Holzfäller Simulator 2012 jetzt erhältlich im Handel für 19,99 Euro. Schnell zugreifen, bevor der Titel auf dem Index gelandet ist. Kauft zu. Kauft zu. Greift zu. Greift tief herein. Hinein. Ein Apfel. Äppel. Ein Äppel. So. Meine Nase. Also, meine Nase hat gejuckt. Also. Nicht Niesanfall oder so. Sie hat einfach nur gejuckt. Muss es ja auch mal geben. Naja. Und dann sind sie dann hinterher noch durch die ärmlichen Straßen gegangen. Oh. Meine Nase. Schon wieder gejuckt. Unglaublich. Töricht. Töricht, sag ich da nur. Und. Ja. Dann sind das diese. Oh. Oh. Eine Spinne. Na. Ja. Das hast du dir so gedacht, ne? Das hast du dir so gedacht. Oh. Alter. Warum juckt es? Alter. Jetzt juckt mein ganzes Gesicht. Oh. Ich kann mich nicht mehr aufhören zu kratzen. Oh. Geil. Oh. Naja. Puh. Was? Ja. Naja. Auf jeden Fall sind das schon sehr ärmliche Verhältnisse. Die Stadt hat damit nichts zu tun. Da sind keine registrierten Bürger in diesen ärmlichen Vierteln da. Wie heißen die nochmal? Keine Ahnung. Haben sie gesagt. Wie die heißen habe ich vergessen. In Afrika würden sie Slums heißen. Ist im Prinzip das gleiche. Gut. Strom haben sie da wenigstens. Aber wie das so aussieht. Unglaublich. Das kann man gar nicht mit unseren Verhältnissen vergleichen. Wenn man dann mal irgendwie so sich beschwert. Oh mein Gott. Alter. Ey. Heftig. Und so. Mein PC ist ja schon wieder eine Viertelsekunde langsamer geworden. Habe ich mir auch letztens so gedacht. Mein Gott. Mein PC habe ich jetzt. Wie lange habe ich den? Zwei. Drei Monate. Und der ist jetzt schon. Der Startvorgang ist jetzt schon ungefähr eine Sekunde langsamer. Meine Nase. Alter. Das ist doch nicht normal. Das kannst du doch keinem erzählen. Wie hier meine Nase juckt. Und jetzt muss ich auch noch nießen gleich. Ich glaube. Hinterher. Ich sehe mir meine Nase operieren. Und sehe dann hinterher aus wie Michael Jackson. Nur. Dass ich nicht weiß werde. Was. Also so wie Michael Jackson eher weiß geworden ist. Sondern ich werde schwarz. Was auch sehr viel mit seiner Nase zu tun hat. Naja. Auf jeden Fall. Wir beschweren uns oft. Oder so ganz banale Sachen. Da muss man sich einfach mal vorstellen. Vor Augen halten. Und. Oh. Meine Nase. Alter. Jetzt. Jetzt reicht es mir. Echt. Oh. Das habe ich aus Versehen. Die heilige Sonne. Ich mache noch Pause. Sonst vergeht hier noch Zeit. Leute. Bis bald.